hallo zusammen für mich war es in der vergangenheit eigentlich immer sehr sehr wichtig dass meine schönen alten hi fi geräte hier aus den 70er 80er 90er jahren möglichst im originalzustand bleiben und auch entsprechend überholt werden und ja aber irgendwann doch mal festgestellt dass es zum beispiel gerade für die revox b77 bei heroms ein digitales zählwerk gab was ich dann mal gekauft eingebaut habe wo man nichts bei kaputt macht es einfach eben raus schraubt das neue reinschraubt alles bleibt eigentlich original und ich kann den urzustand eigentlich immer wieder herstellen dann gab es von der box online mal ja die neue laufwerksteuerung die dann zum beispiel auch motorisch bremst also schneller zum stehen bringt die ganze geschichte wenn man spult oder so und ja die maschine nicht mehr so warm wird dadurch dann gab es dafür ja auch diese kapstern quarzkontrolle die ich mir damals gegönnt habe und weil ich einfach immer das gefühl hatte oder ich habe selber gemerkt bei diesem projekt mit den a77 wo mein bester freund und ich zwei stück mal von wieder fertig gemacht haben bei der anschließenden einmessung dass man eigentlich doch wirklich bevor man das alles mal korrekt einstellt mit dem tempo die maschine erst mal warm laufen lassen muss weil die eben wirklich temperaturabhängig leichte abweichungen haben ob man das immer hört oder so lassen wir mal dahingestellt die tatsache dass ich es weiß hat mich aber schon gestört und ja da ich das bei der b77 schon mal erfolgreich eingebaut hatte in so einer plug and play lösung das habe ich auch in einem anderen video mal gezeigt habe ich jetzt mit freunden festgestellt hey für die a77 gibt es das auch und das ist die kapstan quarzkontroll von revox online für die a77 hier nicht ganz plug and play hier muss man mal zwei kabel ab und wieder anlöten deswegen habe ich auch mal ein bisschen hilfe besorgt von meinem besten freund auch ein karsten schönen dank an dieser stelle hier nochmal und liebe grüße denn mit löten habe ich es jetzt mal nicht ganz so und ja außerdem macht das immer mehr spaß sowas auch zu zweit zu machen im großen und ganzen wirkte das aber nach dem durchlesen alles immer noch einfach und gut machbar und auch für mich da jetzt nicht so der technische super bastler sage ich mal gut zu bewerkstelligen wie gesagt bis auf diese löte rein das lasse ich da mal eben von jemand machen das wirklich gut kann soll ja ordentlich werden ja diese kapstan quadzkontroll die ist wohl wirklich laut angaben von revox online so genau dass wir dann 0,02 herz abweichung schwankungen haben egal welche temperatur die maschine hat das klingt natürlich granate natürlich darf man auch nicht vergessen dass vielleicht auch noch durch andere mechanische komponenten das zugleich auf schwankungen kommen kann deswegen ja ist das vielleicht nicht über den stein gemacht wird aber schon toll und ich habe das bei meiner b77 eben gesehen wie perfekt das funktioniert dass die eben auch schneller zum beispiel die geschwindigkeit wechseln wenn man umschaltet und sowas der kaps dann also sehr schnell auf der ziel drehzahl ist das ist alles was was mir gefällt was mich echt beeindruckt und wo ich sagen muss mittlerweile wenn man etwas besser machen kann bei den alten maschinen warum soll man das nicht tun deswegen sind solche modernisierungen zumindest gerade mal in den maschinen wo ich selber sehr gut einbauen kann weil die großen bandmaschinen sind von revox ja sehr sehr gut aufgebaut modular alles mit steck platin das lässt sich alles gut erreichen zerlegen wieder zusammensetzen das ist kein frickelkram und denke ich mal auch für den nicht so geübten bastler echt gut zu machen und in diesem fall wollte ich euch das mal bei der a77 zeigen da habe ich das ganze mit meinem besten freund zwar im rahmen der größeren revision dieser maschine mit verbaut aber ich wollte euch doch einfach mal die ganzen schritte die einzelnen hier zusammenschneiden euch mal zeigen wie einfach und schnell so was eigentlich geht und auch die anleitung die revox online hier mit liefert ist von der beschreibung und bildung her wirklich so dass da hier damit klar kommen kann denke ich mal das ist einfach richtig gut gemacht ja und ich zeige euch jetzt einfach mal wie das so geht wie man dran kommt was man ausbauen muss dafür und so weiter das seht ihr jetzt mal in einzelnen schritten als erstes holen wir die maschine doch mal aus ihrem schicken holzkasten lösen dafür eine rückseite die vier schrauben wichtig vorweg rechts oben bitte den blindstecker abziehen der auf dem fernbedienungsanschluss steckt denn sonst können wir die maschine nicht nach vorne aus dem kasten ziehen ich habe das hier mal schneller ablaufen lassen das dauert sonst so lange die maschine einfach nach vorne aus dem gehäuse ziehen bei mir hakelt das ein klein wenig aber das geht relativ leicht den holzkasten können erstmal weg stellen hier fällt mal auf links oben bei mir wir haben den stromanschluss schutzschalter ab ausgelötet denn ich finde ihn ziemlich unsinnig und der hin hat einfach beim testen hier sehen wir die platine alten tonmotor steuerung die wir jetzt mal ausbauen und ich empfehle dringend jeden mal alles vorher ordentlich zu fotografieren damit wir genau wissen welcher stecker mit welcher kabel farbe wo gesteckt hat oder angelötet war das ist echt hilfreich außerdem haben wir ja auf der alten platine noch ein trimmer poti zur einstellung der geschwindigkeit das fällt bei der neuen platine zum glück weg und hier sehen wir ja mal die beiden einzigen lötstellen die wir ja mal lösen müssen das ist aber mal so grob das hätte wahrscheinlich sogar ich hinbekommen hier das ganze mal ja aus der anleitung da sieht man wirklich sehr deutlich dass es super bebildert da kann man eigentlich nicht wirklich was falsch machen für den nächsten schritt den ausbau der platine ja ist es am einfachsten wenn man die maschine mal auf den kopf stellt das haben wir hier mal getan so da wir jetzt ja die kabel abziehen müssen erinnere ich noch mal daran dass ihr bitte fotos davon macht und ja dann könnt ihr diese steckschuhe hier einfach alle mal abziehen kommen wir jetzt mal zu einem etwas fummligrigen teil denn ja wir müssen die platine rausschrauben die alte die schrauben sind nicht so super leicht zugänglich hier mal ein bild aus der original anleitung wo das mal gut markiert ist welche schrauben wir lösen müssen und ja es ist wirklich hier ein bisschen fingerspitzengefühl gefragt unter den schrauben sind übrigens auch immer noch zahnscheiben als solches aufpassen wenn ihr das rausschraubt dass euch da nichts in von die maschine fällt und weg ist wir haben ja auch mal ja zum tag mit etwas längeren schrauben sie anhandieren müssen weil man eben sonst echt nicht gut dran kommt ich hoffe ihr habt ein klein wenig geduld und fingerspitzengefühl und wie ihr seht auch eine prinzette ist ja mal ganz hilfreich vor allem für die kleinen unterlegscheiben beziehungsweise zahnscheiben ja wie ihr seht hier haben wir mal für die schraube die weiter hinten sitzt den langen schraubenzieher gebraucht da bricht man sich glaube ich sonst wirklich die finger ja und schon sind wir an dem punkt wo wir die platine herausnehmen können bisschen vorsichtig weil doch immer noch irgendwo die ganzen kabel hängen und sich vielleicht an irgendwelchen bauteilen verfangen also nicht ruckartig und mit gewalt rausziehen aber ich denke das ist jedem klar der mit sowas herum bastelt vorsicht ist immer geboten ja und jetzt wo wir die alte platine ausgebaut haben können wir sie optisch mal mit der neuen vergleichen es ist doch gerade der kühlkörper deutlich anders geworden ich denke mal auch wesentlich effektiver auch hat man hier für ja etwas bessere wärme ableitung gesorgt an der platine die bauteile sind deutlich kleiner geworden das macht alles denke ich mal einen super eindruck ja und jetzt natürlich rückwärts rum alles wieder einbauen also die neue platine an ihren platz bewegen die drei etwas friemeligen schrauben wieder einsetzen und ruhig dabei bleiben da bin ich wirklich froh dass das hier mein bester freund gemacht hat das ist wirklich ein begnadeter handwerker und modellbauer der hat da die nötige ruhe ich glaube ich hätte zwischenzeitlich schon das ganze ein paar mal stehen lassen müssen das mit den schrauben wirklich schon ein bisschen fummelig aber ihr kriegt das hin da bin ich sicher mit ein bisschen geduld sitzt die platine wieder da wo sie sitzen soll ist festgeschraubt und ja im nächsten schritt kommen jetzt die kabel wieder dran ihr habt euch sicherlich ja vorher das foto gemacht das könnte euch zu hilfe nehmen oder ihr schaut auch noch in die gut bebilderte anleitung da sieht man es natürlich auch und ja alles wird wieder seinen platz gesteckt und anschließend können wir die maschine wieder umdrehen und ja was jetzt noch fehlt sind natürlich die beiden kabel die wir vorhin abgelötet haben die müssen wir jetzt wieder an entsprechender stelle an löten und ja das ist denke ich mal genau so einfach oder schwer je nachdem wie gut ihr dabei so drauf seid das ist lösbar wie gesagt ich glaube wirklich wenn ich das so gesehen habe dass ich selbst mit meinen nicht so tollen Lötkenntnissen das gut hingekriegt hätte da muss man wirklich kein super experte sein jo fertig an dieser stelle sei noch mal erwähnt dass hier wirklich keinerlei abgleichsarbeiten erforderlich sind das ist wirklich nur einbauen und fertig wir haben jetzt hier einen probelauf gemacht im offenen zustand das ist unter umständen allerdings gefährlich wegen elektrischen schlag oder sowas deswegen kann ich das an dieser stelle nicht empfehlen ja nachdem wir jetzt alles so hervorragend toll eingebaut haben kommt die maschine zurück in ihren holzkasten wir drehen sie um drehen die vier schrauben wieder rein und sind damit dann wirklich fertig anschließen und spaß haben ja so viel mal dazu ihr seht das ganze ist wirklich kein hexenwerk und recht einfach zu machen und ich denke mal die allermeisten von uns vor allem die die auch noch wenigstens ein bisschen mit Lötkurven umgehen können die werden das hinkriegen das sind jetzt auch keine mikroskopisch kleinen Lötstellen das ist zur not auch für mich noch machbar ich muss das noch nicht unbedingt machen wenn es nicht sein muss deswegen aber wir haben das jetzt eben in dieser maschine hier verbaut und wenn man die jetzt einschaltet egal ob langsam oder schnell ich habe auch hier das gefühl dass der kapstern schneller auf seiner soll drehgeschwindigkeit ist als das vorher der fall war falls jetzt hier einer genau hingehört habt da habe ich noch eine schaltung eingebaut auch von revox online eine einschaltverzögerung mit vometer schutz das zeige ich nochmal in einem anderen video weil ich einfach schon zwei vometer kaputt hatte zum einen auch das werde ich in dem video mal kurz zeigen wie man sie austauscht hier wird erst das ausgangssignal nach ich glaube sieben sekunden freigeschaltet um dieses einschaltblock zur anlage hin zu unterdrücken zum anderen ist hier noch ein vometer schutz das heißt wenn die zeiger ausschlagen das tun sie zwar immer noch aber sie schlagen nicht mehr hinten an sondern gehen gerade in den anfang des roten bereiches und wieder zurück schont also die vometer aber das zeige ich euch mal in einem anderen video ich finde eben nur wirklich diese geschichte hier ist einfach unheimlich gut die maschine läuft sofort auf eine fehlerfrei man muss nichts ein messen oder irgendwas machen man tauscht es einfach aus und gut ist deshalb ich kann das wirklich nur empfehlen wirklich eine tolle sache für alle die es gerne ein bisschen genauer haben wollen und die vielleicht ja auch solche sachen aufstehen vielleicht muss man es nicht zwingend unbedingt haben und es war vielleicht von revox auch so nicht gebaut ja wenn man eben auf original zustand steht ich muss aber wirklich eben heute sagen wenn wir die chance haben diese mittlerweile ja gut 40 jahre alten geräte etwas besser zu machen warum nicht ja und ich begrüße das wirklich wenn solche firmen wie revox online in diesem fall jetzt hier mal gerade solche sachen neu entwickeln sich da ja so die mühe antun und das so perfekt machen und wie gesagt bei meiner b77 habe ich ja schon mehrere solcher sachen verbaut das läuft alles tadellos und das wirklich auf anhieb und das macht dann spaß mich beeindruckt das und ich unterstütze sowas auch gerne einmal durch den kauf dieser teile und zum anderen eben auch er hat euch dass ich es hier mal zeige weil es einfach wirklich ich denke mal nicht selbstverständlich ist das ja da noch so viel herzblut reingesteckt wird und deswegen hier macht das riesen freude für mich wertet dass diese maschine richtig der war auf und ich kann euch das echt nur empfehlen so in dem sinne das war's von mir für heute hierfür es ist verdammt warm deswegen geht heute vielleicht mal besser mit dem walkman raus und hört musik legt euch an einen see oder so falls ihr einen walkman habt ich mache so was echt gerne mit dem walkman draußen rumlaufen und finde das witzig was man dafür blicke und kommentare manchmal erntet ja und das kommt manchmal auch dadurch ganz nette gespräche zustande deswegen so hat ja mal gerne okay ich wünsche euch was macht's gut bis zum nächsten video ja und zum fluss noch eine kleine bitte wenn euch dieses video gefallen hat dann klickt doch gerne mal auf like vielleicht abonniert ihr sogar meinen kanal das wird mich mal richtig freuen guckt auch gerne mal bei facebook vorbei sucht nach der gruppe retro minus halfi oder tape tech liebhaber und ja diskutiert auch gerne hier auf dem kanal in den kommentaren mit mir ich versuche immer zeitnah zu antworten in diesem sinne brauche ich noch einen schönen tag bitte auch nochmal rein ich trage mich im es bleibt m